Das ist leider in der Früh, da wurde von niemandem gewandt, dass Hochwasser kommt oder so. Das Wetter haben wir angeschaut, aber von niemandem haben wir Wannen bekommen, dass wir schnell evakuieren oder das Hochwasser hier kommt. Ich wohne hier seit neun Jahren, so was habe ich noch nicht in meinem Leben hier erlebt, aber leider ist schon passiert.